Hallo, Malcolm. Hey. Ich bin Christina Melian und ihr seht Malcolm Music. Ich bin mit Malcolm Music. Ich bin mit Malcolm Music. Wir sind mit Malcolm Music. Ihr seht Malcolm Music. Malcolm Music. Ihr seht Malcolm Music, motherfucker. Malcolm O'Hanwe, Kulturredakteur bei PULS. Zum einen ist es so, dass die asiatischstämmigen Schauspieler, die kriegen sowieso, das zeigen die Statistiken, sehr, sehr, sehr wenige Rollen. Und wenn sie Rollen bekommen, sind das sehr klischeehafte Rollen. Sie sollte never play the role. I knew it. When I put the nose on her, I knew it was gonna suck. Wenn Jesus gab, ja, kann niemand sagen. Wofür, so far, the boat is set for by. Wie viele Sprachen kannst du in einem Satz unterbringen? Ah, je l'a pensé. Je peux parler français, tarque arabe. Ich denke, es wird schwierig, ein bisschen Spaniel in das, ein bisschen Deutsch, Bianchi oder Italiener. Es wird sehr oft genannt, dass man das Gefühl hat, es gibt nicht so viele asiatischstämmige Stars in Hollywood und man braucht für einen Film, damit der produziert wird, damit der finanziert wird, immer Kassengaranten. Man braucht große Namen, die Angelina Jolie's und Brad Pitt's der Welt. Und das ist für Gott. No, das ist für Gott. Das ist für Gott. Ja, das ist für mich. Das ist nicht richtig. Morgen ist Bundestagswahl. Wie stehst du zur Politik? Ganz ehrlich, ich kann dir nicht mal unserem Bundespräsidenten sagen. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Das ist total bescheuert. Man weiß, eigentlich ist es nicht cool. Ach, du hast... Alter! Wenn das mal kein Zeichen von Gott war, Alter! In der Schule hast du immer Einser gehabt und diskutiert. Gehälder. In der Schule, der piace. Jude.